Gut, dann fangen wir an. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich hier bei einem weiteren, glaube ich, sehr, sehr interessanten Diskussionsformat im BSA, der Bund Sozialdemokratischer Akademikerinnen, Künstler und Intellektueller, dessen Präsident ich bin und deshalb sage ich auch nur ganz kurze Begrüßungsworte. Wir haben eine laufende Reihe von, glaube ich, sehr, sehr interessanten Veranstaltungen. Ich freue mich, dass wir auch heute Abend wieder sehr kompetente und interessante Diskussionspartner haben. Ich erwähne das nicht deshalb, weil ich glaube, dass es gerade in Zeiten wie diesen besonders wichtig ist, Plattformen zu haben, wo man sich austauschen kann. Meinungen austauschen kann. Ja, wir sind eine sozialdemokratische Vorfeldorganisation und auch deshalb ist es mir besonders wichtig, diese Möglichkeiten zu verstärken. Es ist gerade auch innerhalb der Sozialdemokratie, jedenfalls in Österreich, glaube ich, besonders notwendig, noch mehr zu denken, Dinge anzudenken, zu formulieren und gerade in Zeiten sozusagen der schnellen Schlagzeile des kurzen Tweets auch den Gedanken und der Rede Platz einzuräumen. Seien Sie herzlich willkommen. Diese heutige Zusammenkunft ist auch nachsehbar. Wir werden das dann alles auch noch einmal formulieren, noch einmal anzuschauen, wenn Sie Lust und Laune haben. Aber Sie können auch jetzt, wenn Sie dabei sind, auch teilnehmen, weil das ja auch ganz wichtig ist. Das will ich gesagt haben. Ich freue mich sehr. Ich bedanke mich bei allen TeilnehmerInnen, dass sie sich Zeit nehmen. Und das Thema ist ein höchst aktuelles. Und ich bin überzeugt, dass wir interessante neue Einsichten heute bekommen. Herzlichen Dank. Und ich übergebe an den Matthias Wawra, der durch diesen Abend führen wird. Danke vielmals. Vielen herzlichen Dank, Andreas, für deine Begrüßung. Und ich darf zu unserem heutigen Thema digitaler Humanismus. Wir werden uns mit verschiedenen Aspekten interdisziplinär befassen. Welcher Ethik es für das digitale Zeitalter bedarf, wie eine Utopie für diese digitale Gesellschaft aussehen könnte, mit sehr spannenden Gästen widmen. Die darf ich ganz kurz auch vorstellen. Ich beginne mit unseren beiden Gästen, die uns aus München zugeschaltet sind. Das sind die beiden Co-Autoren dieses Buches Digitaler Humanismus. Zum einen, sie ist schon zu sehen, Frau Doktorin Nathalie Weidenfeld. Sie ist Autorin, sie ist Filmwissenschaftlerin, hat amerikanische Kulturgeschichte studiert. Herzlich willkommen bei uns. Gleichsam darf ich begrüßen, Selber Account, jetzt können wir das auch verraten, es ist ihr Ehemann, Prof. Dr. Julian Nieder-Rümmerlin. Er ist Philosoph, er ist Co-Autor dieses Buches, emeritierter Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und war Kulturstaatsminister der deutschen Bundesregierung, und zwar unter Rot-Grün im Kabinett von Gerhard Schröder. Und wir haben gleichsam zwei Gäste in Wien. Einerseits Prof. Dr. Helga Nowotny. Sie ist emeritierte Professorin der ETA Zürich, Soziologin und selbstverständlich vielen von uns auch bekannt durch ihre Tätigkeit für das European Research Center Mitbegründerin, dessen Vorsitzende. Herzlich willkommen und wir begrüßen Hannes Wertner, Prof. Diplomenschöner Dr. Hannes Wertner. Er ist Informatiker, emeritierter Professor der Technischen Universität Wien und genauso wie Helga Nowotny, einer der Initiatoren und Unterzeichner des Wiener Manifests für digitalen Humanismus. Herzlich willkommen in unserer Runde. So, und damit möchte ich gleich beginnen, nachdem ja schon betont wurde, dass wir da eine sehr interdisziplinäre Zusammensetzung haben. Und da möchte ich gleich beginnen, bevor wir dann verschiedene Fragestellungen gemeinsam vertiefen. Nämlich da möchte ich unsere Gäste um ihre persönliche. Und das ist ja, wie sich im Vorfeld gezeigt hat, eine sehr unterschiedliche Sichtweise auf den digitalen Humanismus. Und da möchte ich als Einleitungsfrage Sie um Ihre Ausführungen bitten, was für Sie digitaler Humanismus, dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und Technik, bedeutet. Darf mit unseren beiden Gästen aus Deutschland beginnen. Frau Weidenfeld, bitte, wenn Sie anfangen möchten. Also, um diese Frage zu beantworten, möchte ich erst mal den Blick auf kulturwissenschaftliche Aspekte. richten und zwar insbesondere die Frage stellen, welche Probleme es gibt mit der Darstellung von künstlicher Intelligenz und Digitalisierung in der Populärkultur. Und ich denke, da können wir ganz spezifische Probleme ausmachen, bei denen es auch wichtig ist, dass wir sie ausmachen, um sich dessen bewusst zu werden, weil das hat gewisse Auswirkungen. Ich beginne mit der ersten. Ich nenne das die primitivistischen Projektionen als Problem Nummer eins. Es ist nämlich tatsächlich so, wenn wir uns, Sie haben es ja eingangs erwähnt, ich bin Filmbissenschaftlerin, daher schaue ich natürlich gerne und oft auf Filme, wenn man sich die Darstellung von künstlicher Intelligenz in Filmen ansieht, natürlich insbesondere die der letzten 20 Jahre, wo dieser Topper ist natürlich besonders prominent in den Blockbuster-Filmen aus Hollywood vorhanden ist. Aber man kann auch ruhig zurückgehen, 100 Jahre zuvor, mit Beginn des Films haben wir eigentlich auch schon gleich die ersten Roboter. Dann stellt man fest, dass es immer wieder die gleichen Stereotypen sind, mit denen wir hier filmisch konfrontiert werden. Auf der einen Seite der gute, moralisch edle Roboter, der an den Toppers des edlen Wilden erinnert. Und auf der anderen Seite der dämonische, böse Roboter, man denkt etwa an Hell aus Stanley Kubricks 2001 oder Ava, die femme fatale aus Ex Machina. Nun, dieses System, dieses des Bösen und des Guten kann man recht gut mit dem Primitivismus erklären. Was ist der Primitivismus? Nun, man könnte es eine Art westlichen Reflex nennen, der westlichen Kultur, sich immer ein Gegenüber zu schaffen. Auf das besonders verehrte, geliebte, aber auch verhasste Eigenschaften, eigene Eigenschaften projiziert werden. Man hat also einen Spiegel, genauer gesagt, einen Zerspiegel, an dem man sich abarbeitet. In der Zeit der Antike waren das die Barbaren, in der Renaissance waren das die Indianer. Und jetzt haben wir den Toppers des Roboters, der genau diese kulturelle Funktion erfüllt. Und hier ist es eben wichtig, genau hinzusehen. Wenn wir Hell haben, dann ist das keine realistische Vorhervorschau, wie denn ein Roboter sein wird. Nein, es ist eine Metapher für ein menschliches, utilitaristisches Denken, das in die Katastrophe führt. Und hier ist es wichtig, richtig zu lesen. Diese Fiktion als Metaphern für Menschen. Problem Nummer zwei, Digitalisierung, wie sie uns nicht nur in Filmen, aber auch in den Bildern, die wir etwa von den CEOs aus Silicon Valley präsentiert bekommen, die mit millenarischen Erlösungsfantasien mit aufgeladen werden. Beispielsweise der Himmel, den sie oft finden werden, wenn es um Werbung geht, etwa für Digitalisierung. Also was hier mitschwingt, ist, dass Digitalisierung das Paradies ermöglicht oder sogar das Paradies ist. Ein Paradies der Transparenz, der Eindeutigkeit, der Allverbundenheit und auch einer Art ewigen Reproduzierbarkeit einer künstlich hergestellten Ewigkeit. Interessant ist in diesem Zusammenhang natürlich auch, das darf man nicht vergessen, dass Technologien schon immer mit Erlösungsfantasien oder gerne mit Erlösungsfantasien aufgeladen wurden. Es gibt ja wirklich diese unglaublichen Zitate von Henry Ford, wie er über den Kraftwagen, das Automobil spricht und dabei tatsächlich davon spricht, dass das Automobil, das, ich zitiere, Paradies auf Erden bringen wird. Eine neue Denk- und Handelsart, die uns eine neue Welt bescheren wird. Einen neuen Himmel, eine neue Erde, wie sie Propheten seit urdenklichen Zeiten ersehnt haben. 1902 spricht über die neue Chemie und spricht tatsächlich vom goldenen Zeitalter. Also diese Rhetorik schwimmt, ist tatsächlich in diesen Bildern vorhanden. Ein anderes Bild, das wir immer wieder sehen, das kennen Sie bestimmt, sind diese Evolutionsgeschichten. Man hat also hier den Affen, dann der Homo erectus, dann der Homo sapiens und dann am Ende der Kette steht also der Homo digitalis mit einem iPhone in der Hand. Das ist ein sehr beliebtes Bild. Was also hier mitschwingt, ist natürlich zweierlei. Einmal der Homo digitalis, die Digitalisierung als Telos. Und andererseits ist natürlich auch implizit, das ist der natürliche Gang der Dinge. So ist die Evolution. Das ist uns sozusagen vorherbestimmt. Und zuletzt ein drittes Problem, was möglicherweise war das Wichtigste, ist die regressiven Fantasien, die mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz zusammenhängen. Es ist schon einigermaßen paradox, wenn man sich diese Bilder ansieht von Digitalisierung, da ist viel Blau im Spiel, Zahlen, da wird also vermittelt, hier geht es um etwas Kühles, Rationales. Und wenn man aber genau hinsieht, was einem sozusagen verkauft wird durch die Prophezeiungen, dann stecken dahinter doch, man kann es leider nicht anders sagen, regressive Fantasien. Regressive Fantasie Nummer eins, ich gebe zu, ich bin da auch gar nicht so selbst so unsensibel dem gegenüber, die Idee der digitalen Haushaltsroboter, Haushaltssklaven, finde ich gar nicht so schlecht. Aber wenn man sich diese Bilder auch ansieht, die man immer wieder bekommt, dann ist es doch diese Idee der digitalen Supernannys, die uns mit allem beglücken, dass man so braucht. Das ist sozusagen eine digitale Version von Bruegels Schlaraffenland. Eine etwas dystopische Version findet man in dem Film Wall-E, falls den jemand in der Runde kennt, in dem eine Gesellschaft imaginiert wird, in der die Menschen also nur noch in Sesseln herumgekarrt werden, bedient werden, gefüttert werden von digitalen Supernannys und auf das Stadium von Riesenbabys regrediert sind. Natürlich sind auch die transhumanistischen Fantasien nichts anderes als ein regressiver Wunsch, ein verständlicher Wunsch, aber ein regressiver Wunsch nach Unverwundbarkeit, nach Unsterblichkeit. Und Freud hat das sehr deutlich gemacht, das ist ein Wunsch den Prä-Ödipale in einer Prä-Ödipalen-Phase, besonders Jungs, meint er, dazu sage ich jetzt nichts, die sich also gerne in diesen Fantasien hingeben. Und zuletzt die Fantasie, die unter anderem auch Professor Kathleen Richardson untersucht hat, eine Ethnologin, die an der MIT geforscht hat, die Fantasie, dass diese Roboter, die wir da schaffen, ein Partnerersatz sein werden. Perfekte Freunde, perfekte Partner, Liebespartner möglicherweise. Und hier ist natürlich etwas am Werk, das Freud mit Animismus beschrieben hat. Ich denke, wir können mit dem Begriff hier gut operieren. Animismus, wie Freud es beschreibt, als eine Geisteshaltung, die vor allem, wie er sagt, bei Primitiven und bei Kindern zu finden ist, die etwas vorwissenschaftlich und vorreligiöses sogar zu beschreiben ist. Und wenn wir also diese Hoffnung haben, dass Roboter unsere idealen Partner sein werden, dann projizieren wir natürlich Gefühle und eine Seele in etwas, das leblos ist, das keine Seele hat. Dafür, danach wird es nachher noch philosophische Betrachtung geben. Aber ich möchte an dieser Stelle damit, ich habe eben am Anfang gewarnt vor einem unpassenden Import der Fiktionen in die Realität beziehungsweise von einem falschen Lesen und möchte an dieser Stelle augenzwinkern doch auf die Erzählung Der Sandmann verweisen von E.T. Hoffmann, in dem sich ein junger Student in eine mechanische Puppe verliebt. Und man kann das vielleicht dann doch als Warnung nehmen, denn was geschieht am Ende der Erzählung? Nun, der junge Student stürzt erstens in den Wahnsinn und dann in den Tod. Das könnte uns vielleicht eine Warnung sein. Vielen Dank. Das sind einmal interessante Einblicke, wie dieser Digitalisierungsdiskurs abläuft. Ich glaube, auf Aspekte wie unrealistische Hoffnungen oder Ängste in Bezug auf Maschinen können wir noch eingehen. Herr Niederrömmelin, nachdem Sie jetzt schon Platz getauscht haben, wie sieht aus Ihrer Sicht diese Rationalisierung aus? Liegen den Wechsel von der Kulturwissenschaft in die Philosophie. Wir wollen ja relativ knapp sein, deswegen fasse ich das Wichtigste zusammen. Spitze auch ein bisschen zu, damit wir einen Diskussionsstoff haben. Also der Grundgedanke des digitalen Humanismus ist etwas, was für die menschliche Spezies etwas Besonderes, etwas Spezifisches ist. Nämlich, dass wir sind, die Autorinnen oder Autoren unseres Lebens sind. Das ist im Grunde der Kerngedanke des Humanismus, der übrigens in die sozialdemokratische Programmatik eingewirkt hat, relativ massiv. Man macht sich dann Gedanken, wie müssen denn die Bedingungen gestaltet sein, dass Menschen tatsächlich Autorinnen oder Autoren ihres eigenen Lebens sein können. Nach dem 19. Jahrhundert, der Bildungssozialismus, der dann da auch im Zusammenhang mit dem Neukanzialismus aufkommt, ist da ganz wesentlich, müssen eben die bildungsmäßigen Voraussetzungen und dann die sozialstaatlichen Voraussetzungen gegeben sein. Und was wir jetzt gegenwärtig erleben und was die polemische Ausrichtung des digitalen Humanismus angeht, ist ein doppelter Angriff auf diese Form von Humanismus. Der erste Angriff hat die Form der Maschinisierung des Menschen. Der Mensch ist doch auch nichts anderes als ein Algorithmus oder ein Software-System, was so ähnlich funktioniert, wie wir das kennen von unseren Computern. Und die andere Form, die mit der ersten merkwürdig sich überlappt ist, die animistische Interpretation von Maschinen. Ja, Maschinen, wenn sie denn sich in einer ähnlichen Weise verhalten, wie das Menschen tun, dann schreiben wir ihnen, das ist ja eine alte These von Thuring von 1950 in Main, publiziert dann auch die entsprechenden Eigenschaften zu, die Menschen haben, die dieses Verhalten zeigen. Ja, es ist also eine doppelte Auflösung des humanistischen Grundgedankens, dass Menschen bei aller Verwandtschaft zum Beispiel mit hochentwickelten Säugetieren doch diese Besonderheit haben, nämlich verantwortlich zu sein für das, was sie tun, Autorinnen oder Autoren ihres eigenen Lebens zu sein. Also Animismus einerseits, Mechanismus andererseits. Und das ist jetzt nicht nur irgendeine kulturtheoretische Betrachtung, sondern das ist von allergrößter Bedeutung für die Technologieentwicklung selbst. Leibniz hat einen der ersten halbwegs funktionierenden Rechner konstruiert, für arithmetische Rechenoperationen. Und der große Philosoph und Mathematiker Leibniz war der Auffassung, wir brauchen solche Maschinen nicht, um den Menschen zu substituieren, sondern um ihm das abzunehmen, was er sowieso nicht so gut kann, und ihm damit die Möglichkeit zu geben, seine eigentlichen Fähigkeiten freizusetzen. Also Kreativität, Gestaltungskraft und so weiter. Das war also immer komplementär, nie substitutiv gedacht. Wir haben gegenwärtig eine Technologieentwicklung, die zumindest teilweise auf Substitutionen abstellt. Das ist besonders interessant im Bereich der Robotik, also der Versuch, möglichst weitgehend menschliche Fähigkeiten zu imitieren. Da sagt man, wofür eigentlich? Das haben wir selber. Die brauchen wir vielleicht für bestimmte Zwecke, aber das ist eher die Ausnahme. Ich habe ein Forschungsprojekt geleitet zur Frage Ethik der Robotik und da besonders Pflegeroboter. Robolant, das war ein europäisches Projekt. Und da zeigt sich das ganz deutlich, dass zum Beispiel die Menschen gar nicht dagegen sind, dass Roboter in der Pflege eingesetzt werden, aber sie haben etwas dagegen, dass immer jemand im Zimmer ist. Wird das unheimlich empfunden? Und man fragt sich, warum um Himmels Willen sollen Pflegeroboter denn menschenähnlich sein? Die haben eine ganz andere Funktion. Gut, also das ist durchaus praktisch relevant. Und jetzt in dem letzten Abschnitt dessen, was ich hier sagen möchte, ich möchte ein bisschen auf die praktischen, politischen, ethischen Implikationen des digitalen Humanismus hinweisen. Also wenn man das ernst nimmt, dann heißt das einmal, keine E-Person im Recht. Das ist ein Streitpunkt, der auch auf europäischer Ebene eine Rolle gespielt hat. Die Europäische Kommission hat sogar eine Empfehlung gegeben, E-Person im Recht der nationalen Gesetzgebungen zu verankern. Ich habe mich damals massiv gewehrt dagegen auf einer Konferenz. Ich glaube, es ist unterdessen weitgehend von Tisch. Aber das wird uns noch beschäftigen. Ich mache sogar mit Eric Hildendorf, einem der Urheber dieses Vorschlags, einem Juraprofessor in Würzburg, Spezialist für uns unter anderem im Recht der Robotik und generell logistischen Intelligenz, zusammen ein Forschungsprojekt. Wir haben uns da sehr weitgehend angenähert. Also Vorsicht, Vorsicht vor dieser Art der Auflösung von menschlicher Verantwortlichkeit, die Diffusionen von Verantwortung in Softwaresysteme, am Ende versicherte, autonome Fahrzeuge, die sowohl die Produzenten wie die Nutzer von Verantwortung freistellen. Das wäre eine massive Fehlentwicklung in meinen Augen. Ich mache es jetzt ganz schlaglichtartig. Arbeitsmarkt, wir können unmöglich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Botschaft vermitteln, helft jetzt mit, dass ihr überfällig werdet, sondern umgedreht, wenn du draus, die Digitalisierung, die digitale Transformation muss die menschliche Arbeitswelt menschlicher gestalten, humaner, inklusiver gestalten, mehr Eigenverantwortung, mehr Gestaltungsspielräume für die einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ermöglichen und sie nicht am Ende zu Anhängseln von Maschinen degradieren. Also das sind zum Beispiel zwei dieser grundlegenden, unmittelbaren Implikationen, politisch-ethischen Implikationen aus dem digitalen Humanismus. Und ich freue mich sehr, also wir haben das, also ich habe so angefangen, da über digitalen Humanismus Vorträge zu halten. 2016, 2017 haben wir dann das Buch verfasst, 2018 ist es erschienen, 2019 in italienische Übersetzung, 2020 in koreanischer. Und unsere Hoffnung, ich beziehe da auch Hannes Wertner, der ja nachher noch sprechen wird, mit ein, ist, dass wir da doch den vielen Deklarationen, die auf europäischer Ebene, schöne Deklarationen, Human-Centered AI und so weiter, dass wir dem Substanz hinzugesellen, die es ermöglicht, einen eigenständigen europäischen Weg humaner, sozialer, ethisch verantwortbarer, digitaler Transformation zu gehen und sich damit deutlich abzusetzen, sowohl vom staatsfixierten, kontrollfixierten System China als auch vom rein kommerzgetriebenen System Silicon Valley. Das ist das ehrgeizige Ziel. Und da gibt es viel zu diskutieren und ich freue mich auf die Diskussion. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Also digitaler Humanismus auch ein bisschen im Gegensatz zu dieser Silicon Valley Ideologie, wie Sie es ja auch beschreiben. Helga Nobotny, darf ich mit Ihnen gleich weitermachen. Was bedeutet digitaler Humanismus aus Ihrer Sicht? Also ich komme ja aus der Wissenschaftsforschung und in der Wissenschaftsforschung steht im Mittelpunkt das Verhältnis von Wissenschaft, Technik und Gesellschaft. Und es ist ganz offenkundig, Technik fällt nicht vom Himmel. Was immer wir haben an Technologien, es sind Menschen unter ganz bestimmten gesellschaftlichen, ökonomischen, kulturellen Bedingungen, die Technik hervorbringen. Und insofern ist eine der Grundsätze auch der Wissenschaftsforschung, dass auf Technik eingewirkt werden kann, dass Technik gestaltbar ist. Und nun gab es in der, auch in der Geschichte, die wir ja noch erlebt haben, in den Folgen, gab es immer wieder diese großen Paradigmenwechsel. Also wenn Sie denken, Industrialisierung, Elektrifizierung, die ganze Epoche der Moderne mit ihrer Geradlinigkeit, dem linearen Denken, das ja auch ein Merkmal der Moderne ist. Und diese Paradigmenwechsel haben dazu geführt, dass die Gesellschaft, die Wirtschaft, aber auch der Bezug der Menschen zueinander ganz radikal umgestaltet wird. Und die Digitalisierung heute ist ein solcher weiterer Paradigmenwechsel. Und wir sehen die Auswirkungen, es wurde schon darauf hingewiesen, also das beginnt dann auch mit kulturellen Vorstellungen, die wir haben. Es geht natürlich ganz massiv hinein in den Arbeitsmarkt. Es gibt, was wir jetzt in den letzten Wochen erlebt haben, Bedrohungen, auch der liberalen Demokratie durch Fake News, durch Verschwörungstheorien, die frei zirkulieren können, etc. Also hier ist unglaublich viel in Bewegung gekommen. Nun kann man sagen, Technologien in der Vergangenheit haben drei Merkmale, weshalb sie sich meistens sehr erfolgreich durchgesetzt haben. Sie sind schneller als die Menschen, sie sind effizienter und sie sind billiger. Und jetzt haben wir es aber mit einer Technologie zu tun, die darüber hinausgeht. Schnelligkeit, was Computer können, das ist für uns ja nicht mehr vorstellbar. Bei Maschinen konnte man noch sagen, im Industriezeitalter, die Maschinen sind schneller als die Menschen. Wir müssen uns da etwas anpassen. Jetzt ist Schnelligkeit etwas, das im Bruchteil von Sekunden Daten überträgt. Also da können wir einfach nicht mit. Und stattdessen wird durch diese digitalen Technologien werden neue virtuelle Welten geschaffen. Und das kann die Form eines Computers annehmen. Es kann Virtual Reality sein, wo wir uns halt eine Brille aufsetzen und eintauchen in eine Art virtueller Gegenwelt und andere Applikationen, von denen es ja sehr, sehr viel gibt. Und dazu braucht es Daten, Daten, Daten. Und wir haben auch, was ein weiteres interessantes Merkmal aus meiner Sicht ist, sehr vorausschauende und voraussagende Algorithmen, die uns mitteilen, was wir demnächst kaufen werden. Aufgrund der Extrapolation der Daten aus unserem vergangenen Kaufbehalten oder wohin wir auf Urlaub fahren, unsere Gesundheit, wird alles umgewandelt in Daten. Und das hat auch Vorteile. Wir sind fähig, Muster zu erkennen in Daten, die wir ansonsten nicht erkennen würden. Algorithmen erlauben uns, Vorhersagen zu machen, die wir ansonsten nicht machen könnten. Und wir können dadurch auch Einblicke in komplexe Systeme bekommen, die wir ansonsten auch nicht haben würden. Aber all das führt dann letztendlich doch zur Frage, wie verhält es sich mit unserer Selbstdefinition auch als Mensch und menschlich? Wie viel färbt gewissermaßen ab von diesem Umgang, diesem ständigen Umgang, ausgesetzt sein, anpassen, kollaborieren ja auch mit den Technologien, unser Alltag ist ja durchdrungen davon. Was tut das mit uns? Was tut das mit unseren sozialen Beziehungen? Und was tut es mit uns in unserer Selbstdefinition als Mensch? Also das sind so einige Fragen, die mit dem digitalen Humanismus zusammenhängen. Und dafür kann es nicht eine Definition geben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, abgesehen davon, dass das Wort Humanismus Ideen geschichtlich ja sehr unterschiedliche Vorstellungen auch hatte. Der Humanesimo im 14. Jahrhundert in Italien war etwas völlig anderes als der Humanismus im 19. Jahrhundert im deutschen Idealismus. Also hier sind, hier kommen sehr viele unterschiedliche Stränge zusammen, aber für mich sind so einige der Grundgedanken, die, wenn wir, und das ist die Voraussetzung, wenn wir Technik gestalten können, wenn wir eingreifen können, wie machen wir das, um digitale Systeme, Algorithmen, die natürlich auch einen Bias haben und so weiter, so zu gestalten, dass sie einem normativen Bild, das wir haben, entsprechen. Also es ist auch dieser normative Gedanken, der damit schwingt. Ein anderer Aspekt, der hereinkommt, ist natürlich der der Regulierung. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass der Markt das alles richtig macht, im Gegenteil. Wir sehen, wie viel Machtkonzentration es in einigen wenigen internationalen Konzernen gibt und es war ja auch bezeichnend, bezeichnend, dass es Mark Zuckerberg war, der den Ex-Präsidenten Trump aus der Twitter-Liste gestrichen hat, sein Account gestrichen hat und nicht eine staatliche Instanz. Also hier verschieben sich die Gewichte in einer Art und Weise, die auch Fragen betreffen, die sich der digitale Humanismus stellen könnte. Und dann, und das ist aus meiner Sicht vielleicht der wichtigste Aspekt. Wenn wir von Humanismus sprechen, denken wir natürlich, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Und das hat natürlich sehr viel, das wir auch bejahen, das wir auch wollen. Aber ein digitaler Humanismus muss aus meiner Sicht darüber hinausgehen und nicht nur fragen, der Mensch als ein abstraktes Gebilde oder der Mensch als das neoliberale Individuum, sondern eine Frage, die darüber hinausgeht und sagt, wie kann ein vernünftiges, digitales Miteinanderleben aussehen? Also was ich möchte ist, dass wir uns auch hinwenden zur Frage, wie kann eine digitale, eine gute digitale Gesellschaft aussehen? Und darauf hat natürlich niemand, also ich persönlich bin nicht diejenige, die jetzt eine Utopie hier entwerfen möchte. Utopien haben ihren Platz, aber ich glaube, dass es harte Arbeit ist, dass wir Experimentierräume brauchen, dass wahrscheinlich die Ebene von Städten eine bessere Ebene ist, als wenn wir in Nationalstaaten denken, um herauszufinden, wie kann so ein digitales Miteinander gestaltet werden? Und man muss diese Dinge ausprobieren. Und es ist mehr als nur Smart City, das greift mir viel zu kurz, das ist eben dieses Effizienzdenken und schneller, effizienter, billiger. Und der digitale Humanismus muss sich diesen Fragen stellen. Und ich bin da hineingerutscht, das war ein wunderbares Workshop, das Hannes Wertner an der TU damals organisiert hat. Ich bin da hineingerutscht und war begeistert auch von der Reichhaltigkeit und der Produktivität der Diskussionen, die sich da in diesem Workshop ergeben haben. Und insofern finde ich, das ist ein guter Ansatzpunkt. Aber wir sind jetzt, glaube ich, an dem Punkt angelangt, wo man dann fragen muss, also wo sind denn die Räume, wie kann man sowas ausprobieren? Und es gibt Überlegungen auch in Wien, der FBF, wo Michael Stampfer und andere überlegen, gemeinsam mit der Stadt Wien auch, wie kann man Initiativen voranbringen, einfach um Räume zu schaffen, wo man diesen Fragen nachgehen kann, unter einer Beteiligung all derer, die es braucht, um die Frage nach einem guten digitalen Miteinander, auch nur sich der nur halbwegs annähern zu können. Damit will ich es jetzt einmal gewenden lassen. Vielen Dank. Ja, es gibt ja, wie wir jetzt schon gehört haben, in den Kultur- und Geisteswissenschaften viele Stimmen, die sich für den digitalen Humanismus einsetzen und stark machen. Aber gleichsam gibt es natürlich diese Stimmen auch im Bereich Informatik, Computerwissenschaft. Hannes Wertner, darf ich Sie um Ihre Einschätzungen zum digitalen Humanismus bitten. Ja, danke zuerst einmal für die Einladung, da mit der BSA diesen Vortrag zu machen. Und nachdem schon sehr viel gesagt wurde von meinen Vorrednerinnen und Rednern, möchte ich ein bisschen die Sichtweise ein bisschen ändern. Für mich ist, und auf zwei Ebenen, einerseits digitaler Humanismus, also eine materialisierte, bereits teilweise materialisierte Idee, das, was die Helga ausgeführt hat, ein bisschen aufgreifen. Und zweitens, eine leicht andere Sichtweise auf die Frage der Digitalisierung. Der digitale Humanismus hat, glaube ich, schon sehr viel erreicht, als eine Idee, die sich umgesetzt hat. Ich möchte mich hier auf Wien konzentrieren, obwohl die Idee kommend aus München, aber wir dann auch unsere Workshop gemacht haben, ohne mit euch direkt Kontakt gehabt zu haben, aber das hat sich de facto parallel entwickelt. Das zeigt, dass das irgendwo in der Luft gelegen ist, dieses Thema, und auf das komme ich nachher noch zu sprechen. In Wien ist es so, dass wir einerseits im Regierungsprogramm verankert sind. Das ist etwas, wo die Strategie der Stadt Wien im Bereich der Digitalisierung festgeschrieben hat, zumindest im Programm. Es hat der WWDF mit dem Michael Stampfer einen sehr hoch dotierten Call gehabt, Wissenschafts-Call mit zwei Millionen Euro, mit mehreren Projekten, die da initiiert werden, wo ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass diese Interdisziplinarität von verschiedenen Disziplinen aufgegriffen wird. Es hat die MA6-Kulturabteilung der Stadt Wien eine Förderung gehabt, die da ist. Und wir haben an der TU Wien auch eine Lecture-Series bereits seit eineinhalb Jahren, wo wir alle 14 Tage ungefähr 100 bis 300 Personen haben weltweit, die daran teilnehmen. Und das Ganze passiert eigentlich auf diesem Wiener Manifest für digitalen Humanismus, das wir damals im Workshop 2019, wo die Helga sehr aktiv mitgearbeitet hat, verabschiedet und beschlossen haben. Das heißt, es gibt etwas mit relativ wenig materiellen Aufwand, das möchte ich aufhinweisen, das im Wesentlichen aus den Ideen der beteiligten Personen gekommen ist und eine bestimmte Position Wiens auch hier vorstreicht, wenn ich sage, wir haben mit unseren Beteiligungen, mit unseren Kolleginnen und Kollegen weltweit hier aus allen, praktisch allen Bereichen. Um was geht es inhaltlich? Und da glaube ich, dass ein Aspekt, ich möchte es weiterfassen, als nur die AI, ich möchte über Digitalisierung reden. Digitalisierung unter dem Aspekt Informatisierung der gesamten Gesellschaft, der Ökonomie, auch der persönlichen Beziehungen. Das geht jetzt nicht mehr nur um den einzelnen Computer, sondern um die weltweiten Netzwerke, die hier aktiv sind, von denen wir extrem abhängig sind. Ich glaube, wenn wir das abschalten, bricht unser System zusammen. Das heißt, unsere Gesellschaft ist bereits von diesen Systemen abhängig. Sie sind so etwas wie das Betriebssystem unserer Gesellschaft und unserer Ökonomie und hält das teilweise auch am Laufen. Sind so weit, dass wir, also ohne Google, ein Leben ohne Google vorstellbar ist relativ schwierig. Amazon ist auch schwierig und da kommen dann die ganzen Fragen der Regulierung. Also einerseits ist unsere Gesellschaft von diesen Systemen abhängig. Gleichzeitig wissen wir aber, dass das auch ein Problem verursacht. Probleme sind in der Monopolisierung des Webs. Die sieben höchstbewertesten Firmen der Welt sind diese IT-Plattform-Firmen von Amazon, Google und so weiter. Das sind US-, amerikanische und chinesische Firmen. Wir haben, das stellt eine entscheidende Rolle aus in ökonomischen und auch militärischen Auseinandersetzungen. Wir haben das Problem der Arbeit. Wir haben das Problem der demokratischen Entscheidungsfindung plus Beeinflussung. Also das sieht man an diesen Fake News und Content Moderation, wie geht man mit Facebook um. Das ist die Frage Datenschutz. Was passiert mit unseren Daten? Und das sind Probleme, die auch dann der digitale Humanismus in einer bestimmten Form aufgreift. Und nicht nur das Problem der Maschine, also was sind die Grenzen der Maschine? Was sind die Grenzen des Menschen? Und wie schaut da eine entsprechende Wechselwirkung aus? Was der digitale Humanismus macht, er tut nicht nur reflektieren, diese Situation, sondern er greift dieses Problem aus und versucht es positiv umzuwandeln für eine, sage ich jetzt einmal, bessere, gerechtere Gesellschaft. Zumindest haben wir das in unserem Manifest so drinnen formuliert. Das heißt, auch zu begreifen, dass das etwas ist, was nicht von Gott gegeben vom Himmelfeld, sondern von uns auch gestaltet werden kann und muss. Und letztendlich ist es auch die Aufgabe von uns, einer demokratischen Gesellschaft, diese Techniken und diese Technologie so zu designen und zu implementieren, dass sie zum Wohle aller Bind und nicht nur für eine bestimmte Minderheit hier implementiert werden. Und da kommen dann die Fragen, alle anderen Fragen, die vorher ausgeführt wurden. Damit möchte ich es einmal zu Beginn mit meiner Wortmeldung lassen. Ja, ich darf jetzt noch zum weiteren Ablauf sagen, nachdem wir in der Zeit ein bisschen fortgeschritten sind. Jetzt haben wir natürlich zunächst die Möglichkeit, das Gesagte zu diskutieren. Da lade ich jetzt unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Panel herzlich dazu ein. Ich möchte aber dann, nachdem wir eine Vielzahl von Publikumsfragen einerseits bekommen haben über diesen Fragen- und Antwort-Tool hier, andererseits bereits per E-Mail über diverse andere Zugänge in so einem technischen Format, dass wir die dann auch noch nach Möglichkeit beantworten. Ja, es ist vieles gesagt worden von regressiven Fantasien über das Zusammenspiel Mensch und Technik, über, ich sage jetzt auch, die Rolle der Universitäten, die interdisziplinär arbeiten müssen, die Ko-Evolution, Informationstechnologie, Mensch. Wir haben eine Vielzahl an Themenfeldern hier geöffnet. Ich würde gerne doch mit dem gesellschaftlichen Ansatz beginnen. Und zwar, das ist ja auch ein bisschen eine Ableitung aus diesem Wiener Manifest. Und das ist ja auch schon angesprochen worden, auch was politische Ableitungen betrifft. Es steht in dem Manifest drinnen, dieser Wandel schafft und bedroht Arbeitsplätze, schafft und zerstört Wohlstand, verschiebt Machtstrukturen und hat massive ökologische Auswirkungen im Guten wie im Schlechten. Aus Ihrer Sicht vielleicht, um das ein bisschen auch anzudiskutieren, nicht nur, wie sich dieser Wandel zeigt, ich glaube, das haben wir schon dargestellt, aber wie kann man diesem Wandel auch begegnen? Ich sage jetzt bei den menschlichen Interaktionen, bei dem Umgang mit Maschine, mit Technologie, aber wie kann man dem auch begegnen einen Hinblick auf die Rolle von Wissenschaften, von Volkswirtschaften, auch von politischen Strukturen? Bitte, Herr. Ja, wenn ich darf, will ich da vielleicht kurz einhaken. Also es gibt ja einen theoretischen Aspekt des digitalen Humanismus, den wir natürlich auch nur streifen können, jetzt hier, und einen praktischen Aspekt. Und beide Dinge hängen eng miteinander zusammen. Also wir könnten jetzt lang über die Frage, was ist eigentlich Humanismus, natürlich sprechen. Ich bin der Auffassung, habe mich da die letzten zehn Jahre auch intensiv philosophisch damit auseinandergesetzt, dass es doch einen roten Faden gibt über die unterschiedlichen Formen von Humanismus seit der Antike, in anderen Kulturkreisen, auch der Konfuzianismus, Buddhismus hat starke humanistische Züge. Und die Idee eben einer genuin humanen Existenzform, wo gewissermaßen der Mensch sich in seinen Fähigkeiten entfalten kann, ohne rücksichtslos, Frau Nowotny hat das neoliberale Modell des rücksichtslosen Individuums angesprochen, eben nicht rücksichtslos, sondern kooperativ, empathisch und so weiter. Das ist schon der rote Faden. Und dazu gehört dann, das ist ein philosophisches Thema, die Fähigkeit, sich von Gründen affizieren zu lassen, zu reagieren auf Nachfragen und so weiter. Verantwortlichkeit, Freiheit sind im Grunde nur zwei Aspekte derselben Medaille. Und jetzt digitaler Humanismus ist dann gewissermaßen in meiner Perspektive die Herausforderung aus humanistischer Sicht durch die digitale Transformation und durch die digitalen Technologien und heißt jetzt, sind jetzt humanistische Werte und Normen obsolet oder im Gegenteil, sind sie aktueller denn je zuvor? Und ich plädiere dafür zu sagen, sie sind aktueller als je zuvor. Und jetzt die praktische Dimension vielleicht zwei ganz konkrete Beispiele. Also das eine Beispiel ist, wir haben eine Veränderung der Formen der Kommunikation und wie es im Manifest heißt, immer im Guten wie im Schlechten. Wir haben zum Beispiel die Zugänglichkeit zu Daten ist sehr viel erleichtert durch die digitalen Tools. Wir haben eine inklusivere Praxis, das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, dass wir offenbar Abschließungstendenzen haben, die mit der algorithmengesteuerten Aufmerksamkeitsökonomie zusammenhängen. Gibt es auch schöne mathematische Analysen dazu und so, da können wir natürlich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen. Und das stellt uns eine Frage in Europa, nämlich können wir wirklich zulassen, und das ist auch eine genuin sozialdemokratische Frage, können wir wirklich zulassen, dass die Infrastruktur der digitalen Kommunikation in Privatbesitz jedenfalls ganz überwiegend sich befindet. Ist das das richtige Modell? Und das ist eine ganz konkrete Frage, die hängt auch ein bisschen mit den Erfahrungen öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Österreich ist da einen Sonderweg gegangen, den ich sehr befürworte im Übrigen. Brauchen wir nicht in Europa ein Analogon dazu, nämlich eine digitale Kommunikationsinfrastruktur in öffentlich-rechtlicher Verantwortung. Kann es wirklich sein, dass das der kommerziellen Logik gehorcht und im Falle von Facebook und anderen Social Media ja demokratiegefährdende Züge angenommen hat? Von Nowotny hat es angesprochen, ich habe gar kein gutes Gefühl dabei, dass Zuckerberg in dem Moment, wo der Präsident nicht mehr mächtig ist, den Präsidenten aus Twitter rausschmeißt. Es gab noch einen konkreten Anlass, schon klar, hätte er vorher nie gemacht, ja, aus Opportunismus. Aber können wir das wirklich privaten Monopolisten überlassen, solche Entscheidungen zu treffen? Das geht in meinen Augen auf keinen Fall. Und die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union hat diese Problematik der Plattform Ökonomie und auch der ganzen sozialen und ökonomischen Verwerfungen, die damit zusammenhängen, die Verwendung von Daten nach sehr willkürlichen Vorstellungen, indem man eben die Leute lockt und sagt, diese Dienste könnt ihr kostenlos haben, aber die Daten müsst ihr uns zur Verfügung stellen. Wollen wir das einfach so weiterlaufen lassen mit all seinen zum Teil verheerenden Nebenwirkungen? Also das ist ein Beispiel, was ich benennen will. Das andere Beispiel ist digitale Bildung. Da bin ich nun auch sehr konkret, auch persönlich involviert. Wir sind gerade dabei, eine Laborschule zu entwickeln und Ähnliches. Also wenn Digitalisierung bedeutet, dass die Kinder nicht vier, sondern sieben Stunden lang vor Displays sitzen, dann ist was schiefgelaufen. Ja, das kann es nun wirklich nicht sein. Und die Ausstattung mit Endgeräten ist auch nicht wirklich das Problem. Das Problem ist Stärkung der Urteilskraft. Zurechtfinden durch Orientierungswissen und Reflexionsfähigkeit in einem Datenüberangebot. Das ist eigentlich die Herausforderung digitaler Bildung. Und da braucht man gelegentlich digitale Tools. Klar, da muss man ja die Sachen vorführen und damit umgehen. Aber das ist in meinen Augen schon falsch, zum Teil von der Schulbürokratie, jedenfalls in Deutschland, in Österreich ist wahrscheinlich alles besser, ist zum Teil falsch auf den Weg gebracht worden. Es sind falsche Erwartungen, die da geweckt werden. Ist es wirklich relevant, dass ob zwölfjährige Kinder bestimmte Erfahrungen mit bestimmten Angeboten haben? Nein, das ist nicht wirklich relevant. So relevant ist, dass sie resilient werden, dass sie nicht untergehen, dass sie keine Suizidgefühle bekommen, sie Suizidabsichten entwickeln, wenn sie Shitstorms erleben und Ähnliches. Das gehört eigentlich zur Aufgabe jetzt in dieser Digitaltransformation dazu. Und letzter Satz, ich habe bislang, also ich habe das sehr genau dann verfolgt, wir waren ja eingeladen nach Wien, da haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt, Annes Werdner und ich, aber ich fand das dann hochspannend, dass in Wien mit dem Manifesto Digital Humanism eine ganz eigene Dynamik sich entwickelt hat, auf die wir zum Teil neidvoll schauen. Ja, wir haben auch eine gewisse Dynamik, aber die ist damit nicht vergleichbar. Und ich glaube, die Konvergenzen überwiegen bei Weitem die Divergenzen. Ich sehe ehrlich gestanden kaum Divergenzen bislang. Und unsere Hoffnung ist, dass das eine europäische Initiative wird. Und wenn die dann aus Wien, München, Mailand und so weiter hervorgeht und sich verstärkt, Italien hat ein großes Interesse dran. Der vormalige Ministerpräsident Italiens, Giovanni Letta, hat in einem Interview in der Republika letzten Sommer gesagt, es gibt zwei große Herausforderungen der Europäischen Union. Klima, Humanesimo Digitale. Wenn das nicht ein schöner Auftrag ist. Vielen Dank. Wer möchte gleich? Ja, vielleicht kann ich mich da auch anschließen und einbringen. Wenn man sich die Reihe, die Hannes Bertner, alle zwei Wochen digital in ganz Europa und darüber hinaus an Diskussionen anschaut, dann merkt man, wie viele Baustellen es gibt. Da kommen, also ich lade alle ein, es sind alle diese Diskussionsveranstaltungen im Nachhinein anzusehen und es ist wirklich spannend, was da alles auch ganz spezifisch und konkret behandelt wird. Es sind Baustellen, von denen wir jetzt gehört haben. Und das reicht, wie gesagt, von geopolitischen Fragen. Was ist die Stellung Europas zwischen den beiden digitalen Supermächten, muss man sagen, China und USA auf beiden Seiten. Und wenn wir in Europa von Technologiesouveränität jetzt widersprechen, also was bedeutet das ganz konkret und wie kann man hier gerade im digitalen Bereich weitermachen? Bis zu diesem unglaublich wichtigen Bereich der digitalen Bildung. Und da bin ich völlig auf der Seite von Herrn Niederrömerlin. Also es geht darum, die kritische Urteilsfähigkeit zu stärken, dass die Kinder lernen, wie kann ich mit diesem Medium umgehen und wie kann ich mein eigenes ästhetisches Bewusstsein weiterentwickeln? Und da gibt es also alle diese enorm vielen Baustellen. Und wir müssen an all diesen Baustellen auch weiterarbeiten. Das kann nicht nur eine kleine Gruppe machen, da muss man andere dazu bringen. Aber was der digitale Humanismus leisten könnte und sollte auf meiner Sicht, ist ein Gefühl zu vermitteln, einer Gesamtsicht. Also nicht jeder arbeitet dann in seinem kleinen Bereich weiter und ich beschäftige mich halt mit Verschwörungstheorien und der Rest ist zwar wichtig, aber ich kann nicht mehr machen als das. Und die anderen sagen, also wie kann ich also beneficial AI entwickeln und der Rest kann ich nicht machen, sondern der digitale Humanismus müsste diese Gesamtsicht entwickeln. Die Dinge hängen miteinander zusammen. Und so wie richtig gesagt wurde, also es ist die Abhängigkeit der Netzwerke, aber es ist auch der Zusammenhang der Daten und was die Daten mit uns machen und was wir mit den Daten machen. Und das müsste es gelingen, hier so eine Art neues Weltbild zu entwickeln, dass davon ausgeht, die Dinge hängen zusammen und dass die Leute fähig sind, diese Zusammenhänge zu ahnen, wahrzunehmen und dann auch ganz konkret, wenn ich an einer Baustelle arbeite, zu wissen, es hängt mit den anderen Baustellen zusammen. Ich möchte an dieser Stelle, wenn ich kurz was einwenden, ich möchte an dieser Stelle kurz das Manifest zitieren. Je öfter ich das lese, umso besser gefällt es mir, was wir da wissen. Und eigentlich wollen wir einen digitalen Humanismus, der das komplexe Zusammenspiel zwischen Informationstechnologie und Menschheit, also zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft beschreibt, analysiert und vor allem auch versucht zu beeinflussen, also das Ganze umzutreten, zu beeinflussen für eine bessere Gesellschaft und ein besseres Leben unter voller Achtung der Menschenrechte. Also das ist irgendwie so etwas, was wir da abgeleitet haben in diesem Manifest. Und ich möchte auf diese vielen Baustellen, die erwähnt wurden, und dann auf diesen praktischen Aspekt, der von Julian jetzt gekommen ist, darauf hinweisen. Ich glaube, dass es immens wichtig ist, aber auch eine gleichzeitig große Chance darstellt, die notwendige Multi- und Interdisziplinarität, das Zusammenspiel der unterschiedlichen Disziplinen zur Behandlung der Probleme der heutigen Zeit. Also ich kann das aus der Informatik-Sicht her sehen, wie die Informatiker brauchen zum Beispiel die Sprachwissenschaften, wenn wir über Suche reden, wir brauchen eine Philosophie mit Ontologien, wenn wir klassifizieren wollen, wir brauchen die Sozialwissenschaften, wenn wir Daten definieren wollen, wenn wir definieren wollen, was ist ein Datum, was ist eine Variable, das ist ja nicht gegeben, sondern über das Ganze muss man diskutieren und das muss man gemeinsam ableiten. Und ich glaube, dass wenn man aber darum geht, dass es nicht nur eine Forschungs- und Interdisziplinaritätsfrage ist, sondern das ist auch eine Frage der realen Beeinflussung dadurch, dass man auch Systeme entwickelt und implementiert, dass man auch in die Politik eingreift und kommuniziert, dass man in die Bildung eingreift und auch entsprechend die Tools mithilft, da mitzuentwickeln. Also dass das unterschiedliche Ebenen sind und dass es hier eine kritische Masse bedarf. Ich glaube, dass wir in Wien eine kritische Masse hätten, dass wir das auch in einer, ich habe mit den beiden Kollegen, Kolleginnen in München diskutiert, ein gemeinsames Doktoratskollegen mit Philosophie und Computer Science, wo wir auch Mailand mitnehmen könnten. Also es gibt Überlegungen hier, dieses Netzwerk zu machen und es gibt also diese Überlegungen zu diesem Wiener Institut. Ich glaube, dass das eine mehrere facettenumfassende Einrichtung sein könnte, wo wir wirklich eine Chance haben, in einer kritischen Situation einzugreifen. Und ich glaube, dass wir auch diskutieren sollten, einen Aspekt, wenn wir über Politik reden, dass die Tools der Informatik, die Methoden der Informatik angereichert oder kombiniert mit anderen Disziplinen etwas sein können, um diese Welt in eine bessere zu machen. Wo wir zum Beispiel auf die wachsende Ungleichheit reagieren können, wo wir auf die wachsende Ungleichheit auch durch die Corona-Epidemie zu antworten könnten, dass wir hier Möglichkeiten hätten und dass wir, glaube ich, diese Chance ergreifen sollen. Letztendlich liegt es an uns. Es geht nicht um viel Geld, sondern es geht um was. Frau Weidenfeld? Ja, ich kann das nur unterstreichen. Letztlich ist das auch der Sinn dieser Betrachtung, dieser ideologischen Überhöhung, die da in den Fiktionen der Populärkultur stattfindet und warum sie so gefährlich ist, weil sie den Blick weglenkt von den ganz konkreten politischen, bildungspolitischen Kommunikationsthematiken, über die wir gesprochen haben. Da müssen wir hinsehen, also weniger ideologisch abrüsten und eher politisch aufrüsten. Es gibt ganz konkrete Probleme, denen wir uns absolut stellen müssen und der Blick muss konkret werden, der Blick muss auf unsere menschlichen, auf unsere menschliche Entscheidungsfähigkeit gerichtet werden und nicht auf irgendeine passive Haltung, weil der Heiland in Form einer Digitalisierung kommt. Also das ist so der Hintergrund, warum ich denke, dass man diese Bilder eben jetzt erstmal kritisch betrachten muss, um dann eben auf diese konkrete Aktion zu kommen. Okay, ich würde jetzt nur gerne, wir haben jetzt etwas mehr als eine Dreiviertelstunde diskutiert, aber nachdem wir so viele Publikumsfragen haben, würde ich die jetzt auch gerne in die Diskussion einwerfen. Ich sage gleich dazu, es muss nicht jeder notwendigerweise auf jede Fragestellung eingehen, vielleicht insbesondere natürlich auf die, wo sie auch persönlich angesprochen sind und ich würde sie jetzt einfach gerne der Reihe nach durchgehen. Und zwar beginnt das Element Wissen, ist bis jetzt noch nicht genannt worden, besitzen die unter Anführungszeichen Guten die Kompetenz, die bei den Monopolen wie Google und Amazon vorhanden ist. Wer möchte das beantworten? Das scherz, wer sind die Guten? Also nur als eine Verständnisfrage. Das ist eine gute Frage, das kann ich jetzt insofern schwer beantworten, weil es als Publikumsfrage in dem Chat gekommen ist, aber ich nehme an die Guten, werden wohl die sein, die für das humanistische Denken stehen. Ich glaube, Herr Niederrömmel, Sie haben sich gemeldet noch. Zu versuchen, das in Kürze ein bisschen der Fragestellung zu beantworten. Also das Merkwürdige ist ja, wir reden viel von der Wissensgesellschaft und wer ein bisschen mal über den Wissensbegriff nachgedacht hat, der kann da eigentlich nur den Kopf schütteln, weil ich meine, bei Platon heißt es im Theater, das Dialog, Wissen ist begründete unzugleich wahre Meinung und in der Endphase dieses Dialogs heißt es dann, naja, wir können damit noch nicht zufrieden sein und seit Anfang der 60er Jahre weiß man, dass man damit allein noch nicht zufrieden sein kann, da fehlt noch was, können wir jetzt nicht im Einzelnen diskutieren, aber jedenfalls bloße Datenkenntnis ist noch kein Wissen. Wissen entsteht durch die Einbettung von Einzelinformationen in größere Zusammenhänge. Erklärbarkeit, Explainable AI ist ja auch interessanterweise ein großes Thema geworden. Wir wollen wissen, was hier vor sich geht. Wir wollen die Dinge einbetten können in ein in sich kohärentes Weltbild. Und da gibt es nicht die einen, die wissen und die anderen, die lernen, sondern wir wollen ja als Gesellschaft herausfinden, was ist gut für uns und da hat Wissenschaft eine Bringschuld. Sie muss sich beteiligen, sie muss versuchen, Klarheit dort zu schaffen, wo es geht, zum Beispiel was Empirie angeht, was Kriterien angeht und Begriffe angeht. Aber die Auseinandersetzung darüber, was ist für eine Gesellschaft gut, ist nur in der Gesamtgesellschaft möglich. Und dieses, ja, es hängt ein bisschen mit John Dewey zusammen, was ich jetzt hier erzähle, ja, aber es ist die Idee, Demokratie ist eigentlich das Unternehmen. Wir reden miteinander und versuchen, gemeinsam akzeptable Ziele zu formulieren, die wir dann gemeinsam kooperativ verfolgen. Und können wir es uns nicht leisten, uns in lauter Stämme zu zerlegen, die sich untereinander bekriegen. Vielleicht erlauben Sie mir noch eine etwas saloppe Bemerkung nach der Frage, nach den Guten, was die da machen. Man könnte was polemisch machen. Die Guten bei Google und Amazon steigen aus. Und vielleicht kennen Sie den Dokumentarfilm über Social Media, in dem einer der Guten, ich glaube, bei Google oder so, ausgestiegen ist und sich sehr, sehr kritisch äußert darüber und dieses Humane Center for Technology ins Leben gerufen hat. Aber ein bisschen eine gute Erscheinung. Ich habe die Frage auch, kann nur raten, was der Fragesteller oder Fragestellerin gemeint hat. Aber einen Aspekt möchte ich hier einbringen, weil Google genannt wurde. Die Forschungslabors in diesen großen Konzernen sind fähig, die besten Absolventen und Absolventinnen mit enormen Gehältern anzuziehen. Und ich weiß, dass Kollegen an den öffentlichen Universitäten etwa in Kalifornien das enorme Problem haben, dass sie ihre jungen Leute an den Universitäten nicht mehr halten können. Das heißt also, die ganze Ausbildung der nächsten Generation kommt ins Wanken, weil die sofort Anstellungen bekommen und für den akademischen Lehrbetrieb auch nicht mehr verfügbar sind. Also hier gibt es Verwerfungen und wir müssen einfach aufpassen, dass unsere Universitäten, wir sind da in Europa etwas besser aufgestellt, aber wir müssen darauf achten, dass unsere Universitäten diese Fähigkeit behalten, junge Leute auszubilden und das, was also hier von angepeilt ist, ein solcher Master oder was, Lehrgang oder was immer hier im Gange ist, ich glaube, das ist der richtige Weg dazu. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein, also zwischen Gut und Böse, es gibt sehr viele Grauzonen, aber die Machtverschiebung zwischen Konzernen und jetzt auch Forschungsaktivitäten, die quasi geheim betrieben wird, weil wir nicht alle Algorithmen kennen, die dort entwickelt werden, es keine Verpflichtung gibt, diese Algorithmen auch zu veröffentlichen, etc. Und auf der anderen Seite haben wir halt die öffentlichen Universitäten, die schauen müssen, dass die jungen Leute so ausgebildet werden, dass sie dann irgendwann auch zu den Guten werden. Gut, ich... Darf ich kurz eine Bemerkung machen, weil das die Helge erwähnt hat und auch das... Ich war ja vier Jahre lang Dekan und ich war genau an dieser Stelle, die jetzt erwähnt wurde, in der Informatik, in diesem Bereich und ich habe permanent mit Gegenangeboten gehabt, wenn wir mit neuen Professorinnen und Professoren verhandelt haben. Also wir haben den Wettbewerb um die besten Köpfe, wir haben aber auch für die Universitäten gleichzeitig auch eine zweite unter Anführungszeichen Konkurrenzsituation. Diese Konzerne steigen zunehmend auch in den Ausbildungsmarkt ein. Wir steigen nicht in den Bildungsmarkt, wir steigen in den Ausbildungsmarkt ein, in kurzfristigen Zertifikaten, wo wir uns dann sehr wohl überlegen müssen, was ist die Rolle der Universität und was ist auch die reflektierende, selbstkritische Rolle der Universität und wie können wir hier reagieren. Ich glaube, dass das etwas ist, was auf Europa zukommt, wo wir uns auch entsprechend positionieren müssen. Und wo auch die Politiker, wenn ich das sage, also die Gefahr von diesen Mini-Certificates gar nicht erkennen. Das klingt jetzt ganz schön, nicht? Also ihr kriegt so einen Wisch und da kommt ihr am Arbeitsmarkt etwas leichter unter und in Wirklichkeit wird das alles mit Salami-Taktik in die kleinsten Scheiben geschnitten und ich meine, es ist dann unmöglich für diese Menschen, sich ein größeres Bild zu machen. Und das amerikanische System beruht ja darauf, if you have a problem that I cannot solve, talk to my supervisor. Also auf diese Weise ist es Amerika gelungen, ungelernte Arbeiter sehr schnell in den Arbeitsprozess zu integrieren, talk to my supervisor. Aber die Schattenseite davon ist, die Leute kennen nur einen ganz kleinen Teil dessen, wofür sie zuständig sind. Ich würde da jetzt eine andere Frage vorziehen, weil das jetzt schon gekommen ist natürlich mit den großen Technologieunternehmen. Und zwar die Frage ist konkret an den Herrn Wertner gerichtet, die Regulierungsbehörden müssen gegenüber Technologiemonopolen intervenieren, ist bezogen auf ihr Manifest. Welche Behörden sind damit gemeint, ist die Fragestellung und wann sind welche Interventionen durch diese Behörden zu erwarten? Ich möchte nur ganz kurz noch auf die vorige Frage eingehen. Also eine Antwort der Universitäten auf diese Konkurrenzsituation ist die, was wir zum Beispiel jetzt diskutieren im Rahmen unserer Veranstaltungsserie ist, wir diskutieren ein digitales Humanismus-Master-Curriculum über mehrere Universitäten hinweg, wo wir unterschiedliche Disziplinen integrieren wollen, neben der Informatik auch andere Disziplinen. Ich glaube, die Regulierung kann nur auf europäischer Ebene passieren. Ich glaube, dass die europäische Ebene hier der richtige Bereich ist und eine Regulierung oder auch eine Zerschlagung dieser Konzerne ist ja nicht etwas extrem Sozialistisches, das ist durchaus auch in kapitalistischen Diktion durchaus machbar. Das sieht man an den US-amerikanischen Erfahrungen um 1920 herum, wo die Erdölmonopole beziehungsweise die Stahlkonzerne auch entsprechend aufgeteilt wurden. Die Frage ist dann eher eine, macht man eine Konkurrenzsituation, so ein bisschen wie es der Julian angeschnitten hat, wo man sagt, man macht eine europäische IT-Struktur oder European Public Sphere, wie immer die ausschaut, da gibt es Projekte dazu, oder setzt man darauf, dass man sagt, diese großen IT-Plattformen sind bereits unter Anführungszeichen fast sowas wie ein öffentliches Gut. Weil die so allmächtig und so allumfassend sind, dass sie ein öffentliches Gut sind, dann muss man sich überlegen, wie man mit dem Ganzen umgeht. Dann ist das eine andere Frage. Das ist aber dann eine taktisch-operationale Frage. Mache ich ein Gegensystem oder schaue ich, wie dann diese existierenden Systeme entsprechend aufsplitten und auch öffentlich verwenden kann. Okay, dann haben wir drei Fragen, die sich mit einem komplex befassen, den Julian Niederrömelin schon angesprochen hat. Ich fasse jetzt die drei Fragen zusammen, dass sie in eine durchaus ähnliche Richtung gehen. Die erste ist, welche Ideen und Schritte sind notwendig, um Ungleichheit auch digital zu bekämpfen? Wie kann man eine gerechte Verteilung technologischer Ressourcen forcieren? Ein weiterer Aspekt wäre dann, welche Haltung nimmt der digitale Humanismus im Verhältnis zum Gemeinwohl und den staatlichen Aufgabenstellungen ein? Und die dritte, die auch in die sehr ähnliche Richtung geht, ist dann, welche Antworten gibt der digitale Humanismus auf gesellschaftliche Probleme, wie etwa Monopolisierung oder die vom Herrn Niederrömelin schon angesprochene Aushöhlung der Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern? Das sind anspruchsvolle Fragen. Ich versuche sie zu beantworten, soweit ich kann. Also wir sind ja schon in einer herausfordernden Situation insofern, als beide große Trends der Zeit, Globalisierung und Digitalisierung, wenn man sich die Daten anschaut, zu mehr Ungleichheit in den einzelnen Staaten führen. Sie führen nicht global zu mehr Ungleichheit aktuell. Das ist kein Widerspruch, das kann man sich mathematisch schnell überlegen. Aber in den einzelnen Staaten führen sie zu mehr Ungleichheit. Und das betrifft ganz besonders die entwickelten Wohlfahrtsstaaten, die, sagen wir mal, Ende der 70er Jahre doch ein gewisses Niveau erreicht hatten, diese Ungleichheitstendenzen des Marktes einzudämmen. Und das ist seitdem zunehmend verloren gegangen, zunächst einmal durch Globalisierung und dann durch Digitalisierung. Ich meine, allein schon die Tatsache, dass durch Digitalisierung, durch das World Wide Web, Dienstleistungen global angeboten werden können. Also zum Beispiel Bürodienstleistungen kann man sich in Bangladesch erledigen lassen und so weiter. Unterläuft tendenziell die Strukturen einer organisierten, politisch durch die Tarifparteien gestalteten Entlohnung, Arbeitswelt und so weiter. Die Standards, die dort existieren. Und das ist eine sozusagen eng miteinander verkoppelte Doppelaufgabe. Ich spreche jetzt auch mal als einer, der seit seinem 19. Lebensjahr Sozialdemokrat ist, aktiver, auf die die Sozialdemokratie bislang in meinen Augen zu zaghaft Antworten gegeben hat. Wir waren immer hin und her geschrissen zwischen den Erwartungen in den Nationalstaaten, darauf zu reagieren und den Erfordernissen einer sich zunehmend vernetzenden, globalisierenden Welt. Und ich glaube, die Antwort kann nur darin bestehen, dass es jenseits der Nationalstaaten demokratisch legitimierte Institutionen gibt, die relativ massiv regulierend, also Ordnung stiften, eingreifen, nicht nur auf Finanzmärkten, sondern eben auch generell Lieferketten. Ich weiß nicht, ob es verfolgt haben, gab es gerade einen Rohrkrepierer geworden, weil die Union das blockiert hat, ein Lieferkettengesetz, was also verhindert, dass das unter Ausbeutung von Kinderarbeit und Ressourcenverschwendung und so weiter entsteht. Das ist jetzt ein ganz schlechtes Ergebnis rausgekommen in Deutschland jetzt gerade. Der entscheidende Ansatz muss in meinen Augen sein, und das ist wirklich im Kern der sozialdemokratischen Mission, wenn man das mal so nennen will, politische Gestaltung. Und das sehe ich als eine Kernbotschaft des digitalen Humanismus. Die Grundlagen zu legen für die Gestaltbarkeit der digitalen Transformation im Sinne humaner Kriterien, sozialer Kriterien. Und das hängt mit den anderen beiden Dingen natürlich eng zusammen. Also Ungleichheit, Gemeinwohlorientierung ergibt sich unmittelbar. Wir haben zum ersten Mal in der Industriegeschichte, zum ersten Mal eine Situation, in der die Infrastruktur nicht staatlich verantwortet ist, also je nachdem, was man genau unter Infrastruktur versteht, aber ich will es mal jetzt so lose verwenden, sondern im Wesentlichen, im Privat Eigentum ist. Das ist wirklich neu. Das hat es so noch nie gegeben. Und ich stelle mir schon die Frage, ob wir das in Europa einfach so laufen lassen müssen. Und es kommt ein pragmatischer Aspekt hinzu, wenn Europa versucht, einfach Anschluss zu gewinnen, sind wir immer hinterher. Und wenn wir die Spielregeln in der Europäischen Union, im immer noch größten Wirtschaftsraum der Welt, nach politischen und sozialen Gesichtspunkten gestalten, und dafür gibt es, glaube ich, auch jenseits der Sozialdemokratie Bündnispartner, dann heißt das aber auch, dass sich die ökonomischen Wettbewerbsbedingungen so verändern, dass das günstig sein kann. Also zum Beispiel dieser Missbrauch von Daten, von Nutzern, von Plattformen, kann man durch einen Rechtsakt unterbinden oder jedenfalls eindämmen. Und dann entsteht eine neue Konkurrenzsituation, bei der es auch dann neue Unternehmen, europäische Unternehmen auf den europäischen Märkten leichter haben, sich gegen die Giganten durchzusetzen. Ich möchte noch aus wirtschaftshistorischer Perspektive etwas einbringen. Es gibt eine Wirtschaftshistorikerin, Carlotta Perez, die sehr genau sich angesehen hat, wie war das früher in Bezug auf die Ungleichheiten, die entstanden sind durch diese Paradigmenwechsel, von denen ich gesprochen habe. Und sie zeigt, das ist gewissermaßen der Preis, der gezahlt wird. Die Ungleichheit wächst. Wieso? Einige wenige, die zu den Entrepreneuren der ersten Stunde gehören, sind fähig, diese Monopole aufzubauen. Winner takes all. Also es kommt zu diesen radikalen Verwerfungen dann auch in Bezug auf Macht und Ungleichheit und Ressourcenzugang. Und sie sagt historisch, also besonders am Beispiel der USA kann man das aufzeigen, muss dann, wenn die Politik nicht eingreift und diese Machtkonzentration ganz bewusst aufbricht, bleibt die Ungleichheit und wird noch stärker. Und dazu braucht die Politik den Mut und den Willen, das umzusetzen. Und es ist schon klar, das sagt sich vielleicht leichter, als es getan ist, andererseits glaube ich, dass es hier auch genügend Allianzpartner geben könnte, die man heranholen muss, um zu sagen, es sind nicht alle gegen die paar großen Konzerne, sondern man muss dann im Detail hinschauen und sagen, was ist möglich jetzt um den Staat und Eigentum an Infrastrukturen oder Geheimhaltung von Algorithmen ist ein anderes Beispiel, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben, die aber enorme Auswirkungen haben. Also, dass man hier zusammen mit anderen Allianzpartnern die Politik dazu bringt, hier das Richtige zu machen und das heißt zu gestalten. Nachdem jetzt die Politik mehrfach angesprochen wurde, ich könnte mir vorstellen, dass es von dieser Zuschauerin eine rhetorische Frage ist, aber ich stelle sie jetzt trotzdem, weil es auch wieder einen Bezug hat zu dem Wiener Manifest und dessen Ableitungen. In dem Manifest heißt es laut der Zuschauerin, es geht um die Mitgestaltung der Politik mittels Expertise. Die Frage, kann die Politik ohne Expertise überhaupt funktionieren? Sie funktioniert. Leider, manchmal. Sie funktioniert. Die Frage ist nur, wie und mit welchen Verwerfungen. Ich traue mich jetzt gar nicht an unseren ehemaligen Kulturstaatsminister weiterzugeben, der hat wahrscheinlich praktisch noch was dazu. Witzigerweise ist heute in der Welt ein längerer Artikel von mir erschienen zu dieser Frage unter anderem. Also, ich meine, das Grundproblem ist, wenn wir wissenschaftsorientiert im Gegenwärtigen, ist ja auch sympathisch, ist viel von Wissenschaftsorientierung die Rede und gerade auch in den USA unterscheiden sich da die Demokraten von den Republikanern, Demokraten sind wissenschaftsorientiert. Trotzdem habe ich ein gewisses ungutes Gefühl bei dieser Rhetorik, weil wenn der Eindruck entsteht, letztlich entscheiden Wissenschaftler über die Politik, dann ist was schief gelaufen. Und klügere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wissen, dass sie sich überheben. Also das gilt auch für die Corona-Krise, weil die Strategien sind so komplex und haben so viele Aspekte, ökonomische, soziale, kulturelle, Bildungsaspekte, dass man das nicht der virologischen Kompetenz überlassen kann, das im Einzelnen zu entscheiden. Und noch mehr, letztlich ist die Legitimität einer politischen Strategie abhängig davon, dass es den öffentlichen Vernunftgebrauch gegeben hat, möglichst bevor die Entscheidung getroffen wurde, man sich mit Argumenten auseinandergesetzt hat und versucht hat, möglichst viele der Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Deswegen plädiere ich immer dafür, die Wissenschaft hat eine Bringschuld. Sie hat nicht die Kompetenz zu sagen, was zu tun ist. Sie hat eine Bringschuld. Ihre Ergebnisse, meistens ja sehr disziplinär begrenzte Ergebnisse, manche Wissenschaftler denken, ich bin da gut und dann kann ich zu allem Stellung nehmen. Nein, als Wissenschaftler sprechen wir für einen bestimmten Bereich, für den wir Kompetenz haben und den dann einzubringen, so dass es verständlich ist, nicht in einem Jargon, der schon von vornherein raushält und abgrenzt und dann ist es aber nicht mehr Sache der Wissenschaft zu bestimmen, was das für Implikationen hat für die Praxis, sondern das ist dann gesamtgesellschaftlich und politisch die Aufgabe. Es ist noch ein zweiter Aspekt, die Wissenschaft kann nicht die Wahrheit nehmen. Also wir arbeiten mit Unsicherheiten, wir arbeiten mit Voraussetzungen, unter den und den Bedingungen könnte das und das sein. Also das ist eben immer was, was mit einer Wahrscheinlichkeit ist und ich glaube, die Politik will eine Sicherheit und die Wissenschaft schafft Unsicherheit. Also eigentlich hinterfragen wir und bei jeder Antwort, die wir liefern, werfen wir weitere Fragen auf. Aber das Gesagthabend ist schon wichtig, dass man zumindest dort, wo Fakten klar sind und wo man sie zumindest argumentieren kann, dass man die auch in die jeweilige Auseinandersetzung einbringt. Okay, ich hätte jetzt noch vier Fragen, wobei ich zwei wieder zusammenfassen würde, da sie sehr ähnlich sind. Eine ist noch an die Frau Weidenfeld, sie beschreiben ja in dem Buch Visionen euphorisch, apokalyptisch anhand von Hollywood-Produktionen und anderen Produktionen. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, diese beiden Visionen irgendwie in Einklang zu bringen? Schwer, also ich meine, das sind zwei Seiten der gleichen Medaille, da sind wir wieder bei dieser ideologischen Überhöhung, dass, ja, ich bleibe bei meinem Punkt von vorhin, das sollte uns nicht ablenken, wir sollten sie für das lesen, was sie sind, ja, da werden andere Dinge abgearbeitet und wir müssen uns auf das konzentrieren, wovon wir hier die Rede waren, das politische. Also es sind wunderbare, es sind ja tolle Filme, dieses utopische, dystopische, das kann man ja mit Freud lesen oder mit wem auch immer, aber da geht es um andere Dinge als die, die uns jetzt interessieren sollten. Dann nehme ich gleich noch eine Frage, die wir schon per Mail bekommen haben und zwar schreibt uns ein Zuschauer, wir sehen die Tendenz hin zu einem neuen Terrorismus 2.0. Was bedeutet die Anwendung der industriellen Logik auf die Dienstleistung und dabei im Speziellen auf die Denkarbeit, also das Denken? Was bedeutet es, wenn unsere Denkarbeit wie die Produktion eines Sachguts behandelt wird, wenn wir im Takt denken müssen, wenn immer mehr und immer genauer gemessen wird, was macht das mit einem Menschen? Also das entfremdet den Menschen vom jeweiligen Denken und ich bezweifle, dass das wirkliche Denken so messbar und so abschätzbar ist. Ich glaube, dass es sehr wohl Tendenzen gibt im Bereich der Kopfarbeit, wo man klassifizieren kann, was könnte man automatisieren und welche Dinge könnte man durch eine Maschine ersetzen, aber letztendlich zeichnet sich ja das Menschliche und da gibt es sicherlich Bereiche, wo man repetitive Aufgaben, einfachere Aufgaben ersetzen könnte, aber letztendlich zeichnet sich ja das menschliche Denken, ganz im Sinn des Humanismus auch, dass wir eigenständig reflektierend Gesamtsichten entwickeln und diese Dinge, glaube ich, diese Dinge kann man nicht ersetzen. Ohne uns da jetzt auf eine sehr spekulative Zukunft der Arbeit einzulassen, niemand weiß, ob genügend neue Arbeitsplätze rechtzeitig entstehen werden. Alle sind sich einig, es wird neue Arbeitsplätze geben, nur man weiß nicht, kommt das rechtzeitig, sodass es Übergänge gibt oder nicht. Aber ich würde nicht von Tellerismus sprechen, sondern es sind neue Formen auch der Zusammenarbeit oder des Nebeneinanders oder neue Arbeitsteilungen imstande. Was macht die Maschine, was macht der Mensch? Wenn ich jetzt im diagnostischen Verfahren die Möglichkeit habe, dass die Maschine genauer ist, als das menschliche Experten sind, dann verwende ich die Maschine, aber ich brauche immer noch den Mensch zum Schluss, um einen Blick drauf zu werfen und es nicht nur der Maschine zu überlassen. Also das stellt auch höhere Anforderungen dann an den Menschen, der dann entscheiden muss, so in dem Fall glaube ich der Maschine und ist das in Ordnung oder ist das einer dieser Fälle, wo ich sagen muss, nein, also die Maschine kann sich auch ehren. Und insofern entwickeln wir ja unsere Denkfähigkeit auch weiter. Als die ersten Schachspiele mit der Maschine zugunsten der Maschine ausgegangen sind, also des Algorithmus ausgegangen sind, hat man gesagt, das ist das Ende des Schachspiels. Davon ist keine Rede, im Gegenteil. Man hat gesehen, ich kann jetzt diese schachspielenden Algorithmen auch als Training benutzen, um meine eigene Fähigkeit also sind nicht nur die Großmeister, die das ab dem fünften Lebensjahr machen, sondern andere Menschen, die einfach Freude an dem Spiel haben und die können dadurch ihre kognitiven Fähigkeiten steigern. Also das sollte man auch nicht übersehen. Die Maschinen fordern auch unsere Denkfähigkeit heraus und steigern sie teilweise. Dann habe ich zwei Fragen zur digitalen Beschleunigung, die ich auch gerne zusammenfassen würde. Und zwar wie soll das Reflexionsvermögen gefördert werden, insbesondere bei jungen Menschen an Schulen, Stichwort Leistungsdruck, Konkurrenzdenken, aber auch Überforderung mit der digitalen Beschleunigung. Und die zweite Frage ist von einem anderen Zuschauer, ist es denn nicht schon längst so, dass IT-Plattformen als öffentliches Gut zu etablieren der einzige Weg wären, den wir als Gesellschaft gehen könnten, um die Oberhand zu behalten. Wer möchte dazu? Bitte, Herr. Also, wenn es recht ist, sage ich dazu noch was. Zu der ersten Frage fühle ich mich ein bisschen zuständig. Also, es ist in der Tat so, da gibt es auch ganz interessante empirische Studien, dass die Älteren, also, sagen wir mal, die sogenannte Boom-Geburten, Boom-Jahrgänge, dass die sich sehr viel schwerer tun, sagen wir mal, mit diesen technologischen Angeboten spielerisch und schnell umzugehen. Sie sind gewissermaßen eine andere Technologie gewöhnt, bei der man genau weiß, was auf was man tut, das Ausprobieren, mal dies, mal jenes ausprobieren, ist ihnen fremd und deswegen tun sie sich manchmal schwer. Und jetzt kommt das Überraschende, dass also die Millennials, wie sie manchmal genannt werden, von sich selber häufiger sagen, dass sie ineffektiv mit den verschiedenen Angeboten umgehen, zum Beispiel bei Informationsbeschaffung, weil sie sich verlieren und Untersuchungen zeigen, dass die Älteren oft effektiver umgehen, obwohl sie langsamer sind, effektiver. Und das deutet auf eine mögliche Entwicklung, wer Kinder hat, weiß das, also wir haben halbwüchsige Kinder und einen Kleinen noch, weiß das, es ist unglaublich, das hängt auch ein bisschen mit der speziellen technologischen Entwicklung der letzten Jahre zusammen, da hat Google und Apple eine Hauptrolle gespielt, das ist alles so intuitiv, dass man nicht mehr viel wissen muss, man kann es einfach, man muss es spielerisch sich aneignen und das funktioniert super. Auf der anderen Seite aber ist die Aufmerksamkeitsspanne verkürzt und das Springen von sozusagen dem einen oder dem anderen, was gerade ins Auge fällt, ist extrem beschleunigt und die Zusammenhänge drohen dabei verloren zu gehen und da muss glaube ich das Bildungssystem unbedingt gegensteuern und auch mal Distanz gewinnen und sagen, ja Moment, jetzt waren wir bei dem einen Thema, jetzt sind wir bei dem anderen Thema, hängt das irgendwie zusammen oder ist das ein reiner Zufall, dass wir jetzt auf das andere Thema gekommen sind, also eine gewisse Stringenz, Konzentrationsfähigkeit ist von ganz großer Bedeutung für die Zukunft und das gehört glaube ich zur digitalen Bildung ganz wesentlich dazu und zu der zweiten Frage würde ich nur sagen, ja genau, also ich tendiere dazu zu sagen, wir brauchen ein bisschen auch ordnungspolitisch Veränderungen, Datenschutzgrundverordnung war ein erster Schritt in die richtige Richtung, hat aber auch vieles erschwert, was wir eigentlich nicht erschwert wissen wollten, zum Beispiel zivilgesellschaftliches Engagement und auch manche Verwendung in der Wissenschaft von Big Data, eigenes Thema, aber das allein wird meines Erachtens nicht ausreichen und ich würde mich freuen, wenn die Europäische Union auf der Grundlage dieser vielen Deklarationen ernst macht mit dem Programm und sagt, wir müssen uns überlegen, ob wir nicht die Rahmenbedingungen in manchen Bereichen neu setzen und damit auch neue ökonomische Entwicklungschancen in Europa öffnen, der europäische Markt ist groß genug, um sich das zuzutrauen. Also um ein konkretes Beispiel zu nennen, ich finde es wirklich traurig, dass selbst die Entwicklung einer Corona-App ohne Kooperation mit Google nicht mehr möglich ist oder jedenfalls nicht mehr möglich schien, sage ich mal lieber vorsichtig. Möglich war, aber nicht realisiert wurde. Darf ich zwei Punkte? Bitte, bitte. Oder wolltest du was sagen, Helga? Nein, später. Okay, also ich glaube, dass das mit dieser Bildung etwas ist. Wir haben ja im Rahmen unserer Vortragsserie auch so eine Arbeitsgruppe, die sich mit Curricula beschäftigt und es ist schon richtig ersichtlich an technischen Universitäten, wie stark dort philosophische Fächer und ethische Fächer unterrichtet werden. Also fast an allen technischen Universitäten taucht es auf, kommt, weil auch erkannt wird, dass wir dieses unter Anführungszeichen Fachidiotentum und die Silos aufbrechen müssen und auch die entsprechende Kreativität fördern müssen. Also das ist ein ganz offensichtlicher Zug der Zeit, wo wir eine gesamtheitliche Sicht auf diese Disziplinen haben. Helga-Nawodny, bitte. Ja, ich wollte nur sagen, also mir ist schon bewusst, also man braucht ja nur mit jungen Leuten sprechen und man sieht, wie schnell, wie kurz die Aufmerksamkeitsspanne geworden ist und bei Kindern ist es ein wirkliches Problem. Andererseits glaube ich, es ist so ein Pendelausschlag, also irgendwann nimmt die Zerstreuung und diese Verwirrung so überhand, dass klar sein muss, man muss eine andere Form der Didaktik auch einführen und natürlich braucht es auch vom Elternhaus eine entsprechende Unterstützung, nicht, also wir, wenn wir ein Problem haben, neigen wir immer dazu zu sagen, es ist ein Problem der Erziehung, der Schule, wir schieben das ab und die Schulen brauchen lang, bis sie irgendwas Neues machen, das wissen wir und das passiert natürlich auch sehr ungleich, es gibt Schulen, die das sehr wohl können und dann andere Schulen, also wir haben ja die Ungleichheit auch im Bildungssystem, in den Strukturen, strukturell verankert und ich glaube, das darf man nicht außer Auge lassen. Okay, ich habe jetzt noch zwei Fragen, die, wenn Sie gestatten, ich noch beide dran nehmen würde und damit schließen wir das dann auch. Die erste Frage ist, nachdem Sie jetzt schon häufiger, also das ist an Frau Nowotny und an Herrn Wertner gerichtet, nachdem Sie jetzt schon häufiger den WWTF erwähnt haben, wird es jetzt dieses eigene Wiener Zentrum für digitalen Humanismus geben? Also ich nehme an, als eigene Institution, nicht nur im Rahmen von WWTF oder irgendwelchen Projekten. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube, was es geben wird oder ich hoffe sehr, dass es geben wird, ist eine Initiative, eine Reihe von Veranstaltungen, die aber nicht nur einmalige Veranstaltungen sein sollen, sondern ein Konzept, das eine mehrere kleine Veranstaltungen hat, die aber auf kontinuierlicher Basis weitermachen, immer mit dem Ziel, wie kann ich aus diesen ganz unterschiedlichen Perspektiven, die wir ja auch heute in vielfacher Weise immer wieder darauf zu sprechen gekommen sind, wie kann ich so eine Gesamtsicht eines digitalen Humanismus, einer digitalen guten Gesellschaft hineinbringen in diese verstreuten Baustellen, wie ich das genannt habe. Und wenn man diese Initiativen dann weiter bündelt und im nächsten Jahr fortsetzt und man weiß, es gibt Aktivitäten während des Jahres, wäre das so eine Art Gegenentwurf zu einem Zentrum, das halt dann auch wiederum beschränkte Möglichkeiten hat. Also ich glaube, man muss es hineintragen in die Zivilgesellschaft, in die städtische Verwaltung, in Industriebetriebe, in Leute, die damit arbeiten, in die Schulen und so weiter. Also diese Art von Vernetzung muss möglich sein. Das wäre also meine Vorstellung, was geschehen soll. Aber ansonsten kann ich die Frage nicht beurteilen. Also von meiner Seite ist sie das, wenn es Veranstaltungs Folgen gibt, würde ich das begrüßen, aber ich glaube, dass ein Zentrum auch eine andere Funktion war. Das Zentrum kann ein zentraler Hub sein, wo auch die Kooperation mit den Universitäten und auch mit internationalen Universitäten funktionieren kann, mit den unterschiedlichen Disziplinen. Ich glaube, Veranstaltungen allein wären vielleicht nicht genug, weil man soll nicht nur darüber reden, sondern man soll was tun. und eigentlich geht es darum, auch Technologien zu entwickeln, zu entwerfen, zu designen und das umfasst mehr als nur Veranstaltungen, sondern auch inhaltliche Forschung und Innovationstätigkeit und daher glaube ich, dass ein solches Zentrum durchaus eine Berechtigung hat und zwar in Kooperation mit den Universitäten und auch mit Institutionen der jeweiligen Zivilgesellschaft. Sachen ausländische mit der Elegung, wo wir diskutiert haben bereits, Julian, wo man da auch mit München kooperieren kann. Genau, das sind wir, glaube ich, auf einen guten Weg. Also ich wollte nicht sagen, das eine schließe das andere aus. Ich wollte nur sagen, also vom Zentrum weiß ich nichts, aber Veranstaltungen schließen natürlich ein Zentrum nicht aus. Also das eine ist halt das Weiterdenken und in einer fluiden Art und ein Zentrum muss dann seine Programme haben und muss dann auch die Möglichkeit bieten, Dinge umzusetzen, ganz konkret umzusetzen, was natürlich Veranstaltungen in dieser Weise nicht können. Man soll was tun, wäre schon mal ein gutes Schlusswort, aber ich möchte eine Schlussfrage von der Publikumsrunde noch zwei zusammenfassen und zwar die sich eben mit diesem Fortschritt befassen. Das eine ist die Frage, in dem Manifest steht, technologische Innovation erfordert soziale Innovation. Die damit verbundene Frage ist, welche Art von technologischen Innovationen erfordern diese sozialen Innovationen ganz besonders und die zweite Frage und das ist glaube ich auch eine, die sehr geeignet ist, wo Sie alle herzlich eingeladen sind, uns da vielleicht auch einen Appell mitzugeben oder was Sie dem Publikum noch gerne mitgeben wollen als Schlusswort und die lautet, wie kann es der digitale Humanismus als Leitbild schaffen, das Gleichgewicht zwischen dem zivilisatorischen und dem technologischen Fortschritt wiederherzustellen? Vielleicht fange ich an. Wer möchte beginnen? Mit und sozialen Innovationen. Also technologische Innovationen sind das, was in unserer Vorstellung dominiert. Soziale Innovationen sind nicht glamourös, haben nicht das, was die Technik so auch angreifbar und anfühlbar macht und trotzdem keine technische technologische Innovation kann sich durchsetzen, wenn es nicht auch soziale Innovationen gibt. Ich brauche, wenn ich ein Krankenhaus neu technologisch ausstatten will, ich brauche eine soziale Innovation und Organisation, die diese technischen Abläufe ermöglicht und das gilt für jede Form von technologischer Innovation, nur das segelt sozusagen im Schatten mit und wird in der Bedeutung nicht wirklich wahrgenommen, nur wenn etwas schief geht. Vielen Dank. Herr Wertner, wollen Sie vielleicht gleich fortsetzen? Ich wollte auf etwas Ähnliches hinweisen und auch darauf hinweisen, dass zum Beispiel auch das Web eine soziale Innovation her vorgerufen wird. Und das ist dann in manchen Bereichen gekippt ist, in eine Monopolisierung. Aber ursprünglich war das Web, das Internet war gedacht als eine offene Partizipations Plattform, wo auch dann bestimmte soziale Gruppierungen daraus entstanden sind. Ich glaube, es geht darum, dass man partizipative Möglichkeiten hat, dass man mitmachen kann, dass man mitgestalten kann, dass man mitdiskutieren kann und seine Eigenschaft als Mensch in diesen technischen Systemen wiederfinde und dass man letztendlich als Mensch diese Techniken auch unter Anführungszeichen beherrscht, in der Hinsicht, dass sie nicht einen beherrschen, sondern dass man eigentlich der oder diejenige ist, die das Steuerrad hier in der Hand hat. Vielen Dank. Ja, Frau Weidenfeld, Herr Niederrömerlin, wer möchte beginnen? Römerlin, pardon. Also das ist, denke ich, eine der Kernbotschaften, die Sie gerade formuliert haben. Wir haben das Steuer in der Hand, also um nochmal diesen kulturwissenschaftlichen Faden aufzugreifen, lassen wir uns von dystopischen oder utopischen Bildern nicht verleiten, etwas anderes zu glauben, denn genau darum geht es. Und nicht jede soziale Innovation ist gut, also müssen wir genau hinschauen, was zu tun ist und da ist eine Menge. Ich meine, diese Frage ist eigentlich genau die Programmatik des digitalen Humanismus. Wie kriegt man den zivilisatorischen, technologischen Fortschritt zusammen? Und das hat schon auch eine, wenn man so will, ideologische Komponente. Es gibt ja Leute, die sagen, technischer Fortschritt ist immer gut. Jeder, man muss immer, auch im Marxismus, gibt es ja starke Tendenzen in diese Richtung, nur am Rande angemerkt. und das ist nicht unproblematisch, sondern es sind schon gestalterische Kräfte, die letztlich, da bin ich ganz bei Frau Nowotny, die dann letztlich darüber entscheiden, wie Technik wirkt. Technik ist fast immer ambivalent. Jeder technische Innovation hat ambivalente Anwendungsmöglichkeiten, so oder so. Und was daraus geschieht, ist kein Determinismus. Der Geschichtsdeterminismus macht das im Grunde kaputt und den gibt es links wie rechts und liberal im politischen Spektrum. Und humanistisches Denken wendet sich gegen solche deterministische Vorstellungen und sagt, nein, es geht um die Gestaltbarkeit und Gestaltung für humane und soziale Zwecke, das ist der Kern. Das ist genau die Botschaft, wie ich es jedenfalls sehe oder wie wir es sehen, des digitalen Humanismus. Und wie das dann im Einzelnen umgesetzt wird, das kann nun nicht irgendwie wissenschaftlich dekretiert werden, sondern das ist selbst wie der Ergebnis eines Prozesses, eines zivilgesellschaftlichen, wissenschaftlichen Austausches, Einbeziehung der Politik, die das dann erst Schritt für Schritt dann erreichen muss. Also ich glaube, dass es ein optimistisches Konzept ist. das ist ein optimistischer Aufruf zur Gestaltbarkeit der Welt. Ja, absolut. Und wir sind wahrscheinlich an dem Punkt in der Entwicklung dieser Technologie angelangt, wo wir noch die Möglichkeit haben, es so zu gestalten, dass wir unsere normativen Vorstellungen einbringen können. Denn es gibt in jeder Technologie Entwicklung dann eine gewisse Eigendynamik, wo es dann und eine Abschottung dann auch, das System entwickelt sich dann selbstständig weiter ab einem gewissen Grad und es ist sehr schwer, das dann, so wie ein Schlachtschiff, das dann wieder umzusteuern. Und ich glaube, wir sind da gerade an dem Punkt, wo wir noch eingreifen können, sollen und müssen. Genau. Gut, dann darf ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Helga Nowotny, bei Nathalie Weidenfeld, bei Julian Nieder-Rümelin und bei Hannes Wertner bedanken. An dieser Stelle noch zwei Hinweise, die ich machen soll und die ich gebeten wurde. Zum einen gibt es einen Call, der des Fachjournals der Zeitschrift Medienimpulse, für Beiträge anhand verschiedener wichtiger Fragestellungen zu dem Thema digitalen Humanismus, zu den Herausgebern dieser Schwerpunktausgabe, darum darf ich es an dieser Stelle auch erwähnen, zählen Hannes Wertner und Julian Nieder-Rümelin. Es geht in diesen Fragestellungen unter anderem eben um das Verhältnis von Digitalisierung und Humanität, Mensch und Maschine. Das wird auf sehr breiter Ebene diskutiert. Und all diese Informationen sind dann auch auf der Homepage abrufbar für Interessierte und fachkundige Autorinnen und Autoren, die uns heute zugehört haben. Das Zweite, worauf ich hinweisen darf, ist das nächste Veranstaltungsangebot. Am 23. Februar geht es unter dem Titel Die Kraft der Demokratie mit dem Autor, Podcaster und ehemaligen Generaldirektor des SRF, Roger Deweck, mit dem Journalisten Robert Miesig, dem Historiker Doron Rapinovici und der Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl um die möglichen Antworten auf Reaktionäre, Autoritäre. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an unsere Gäste für ihre spannenden Impulse, die sie heute zu unserer Diskussion beigetragen haben. Ganz herzlichen Dank. Danke auch an allen, die in BSA mitgewirkt haben im Vorfeld an der Organisation, bei allen Kooperationspartnern und ich darf unsere Diskussion schließen mit zwei Gedanken. Einerseits Timo S. Schneider hat zum Thema Digitalisierung einmal geschrieben, wir müssen die Polarisierung abbauen, die das Internet verstärkt. Alle haben zu allem eine Meinung und sprechen nicht mehr miteinander. Was wir auch pflegen wollen, ist das Miteinander zu sprechen und das Ganze auch wie heute sehr interdisziplinär. Und das Zweite, der deutsche Außenminister hat in einer Rede gesagt, Heiko Maas, nie hatten so viele Menschen auf der Welt einen so breiten Zugang zu Wissen wie heute und Wissen ist die Voraussetzung für Bildung. Die Digitalisierung ist eine enorme Chance für die Menschheit tatsächlich eine Wissensgesellschaft zu werden. Ich denke, der digitale Humanismus könnte auch hier einen wesentlichen Beitrag leisten, so eine Gesellschaft zu werden. Ich verweise wie gesagt nochmal auf die Medienimpulse und auf den Call. Ich danke nochmal bei unseren vier Gästen für ihre Zeit, dass sie sich auch die Zeit genommen haben, die vielen Publikums Beiträge zu beantworten. Sobald eine direkte Interaktion wieder natürlich freuen, das nicht nur im virtuellen, sondern auch mit physischer Präsenz fortsetzen zu dürfen. In dem Sinne wünsche ich eine gute weitere Diskussion über dieses so wichtige Thema digitaler Humanismus und natürlich verbunden immer mit unserem Wunsch in dieser gegenwärtigen Situation. Bleiben Sie bitte gesund. Vielen herzlichen Dank und noch einen schönen Abend. Ganz Gute. Wir kommen gerne nach Auf einen Kaffee. Nicht nur. Ciao. Ciao. Guten Abend. Wieder.